Hallo und herzlich Willkommen zu unseren Buchtipps. Heute möchte ich euch das neue Buch von Martin Zimmermann vorstellen. Die seltsamsten Orte der Antike. Seit beinahe 30 Jahren erkundet Martin Zimmermann Professor für alte Geschichte antike Städte und Regionen. Er hat tausende Quadratkilometer antiker Landschaften und Jahrtausende antiker Geschichte durchwandert. Dabei hat er eine erstaunliche Beobachtung gemacht. Antike Orte sind anders als man sie nach der Lektüre archäologischer Führer vorstellt. Es sind aus heutiger Sicht wundersame Plätze. Lassen sie sich von einem der besten Kerner des Altertums eine andere Seite der Antike zeigen. Geisterstädte wie die Festung von Masada oder die kilikische Piratenstadt Olympos und Siegerstädten wie die vergoldene Pferdeställe des Ramses. Die 40 hier aufgestellten außergewöhnlichen Orte auf drei Kontinenten werden sie ebenso faszinieren wie den Autor selbst. Die seltsamsten Orte der Antike erschienen bei CH Beck. Geisterstädte. Geisterstädte.